moin sind meine freunde und herzlich willkommen zurück zum my cargo simulator heißt natürlich noch ein bisschen anders aber ich habe jetzt natürlich nicht die ganzen armen kopf hier acht nur acht und tschüss okay das ding ist auch weg okay so ein bisschen geld verdienen müssen wir ja schon noch ne 53 50 49 das wird langsam knapp du läufst aber komisch mädchen hallo 29 sind 14 dollar ja das weiß ich schon aus dem kopf ja danke bitte wie wärs bezahlen schon wieder weg okay was haben wir da steckdose war wie viel wiege ich immer noch 73 fetzig ja ist ja gut hallo 13 auch 8 danke bitte also zahlen wäre mir schon ein bisschen lieber aber okay der nächste muss jetzt hier mal eben warten ich muss immer mal wieder ein paar paketchen weg bringen ging ja wusste ich so dann schauen wir doch mal bitte nicht so weit weg sein bitte nicht das ist weit 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 weg latsche ich mir echt wieder meine beine in den bauch oh gott kommt schon gibt mir doch endlich die letzten 29 dollar damit ich mir ein fahrrad kaufen kann ja so ist das vielleicht hätte ich andersrum laufen können was um gottes willen okay ich bin fertig mit der welt die 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 so lauf okay jetzt ran die fracht wurde geliefert okay weiß einer von euch wo ich mein laden habe ich habe keine ahnung wo ich jetzt hin muss kann ich irgendwie meinen laden sehen gibt es hier aha also jetzt hier warte okay geradeaus und dann an der nächsten nach rechts okay gut dann ist das doch alles in ordnung da wissen wir ja wo wir hin müssen die 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 di die 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 ich hab einfach hier so grad so weil ich die ganze zeit latschen muss wie ein bekloppter das ist doch nicht normal so sogar wenn du für die post arbeit das christische schnellalen fahrrad so was 29 bist du diese größen oder was 14 danke ja noch 15 kommt schon noch 15 jetzt nehmen wir mal den warte du musst jetzt kurz warten da unten oh gott es gibt hier echt nirgends irgendwie eine abkürzung oder so mein gott gleich gleich ich bin gleich für euch da gleich geht es ab hier jetzt muss ich hier wieder einmal komplett um den pudding rumlatschen so das ist echt anstrengend also ich weiß schon gar nicht mehr was ich sagen soll da ganz hinten noch das kann ja nicht wahr sein meine energie ist auch gleich wieder im eimer noch 46 stunden dann muss das paket da sein ist ja kein problem wir sind ja gleich da so aber er will dass ich darüber gehe so okay jetzt mal hier gucken das hier ist echt kürzer hätte jetzt gedacht wenn ich andersrum laufe wäre das kürzer aber nein ist es nicht so wir schauen jetzt mal dass wir die 250 zusammen bekommen vielleicht kriegen wir dann fahrrad da können wir die krambe ist hier schneller verteilt die 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 so wir gehen hier lang aber ist das richtig ja ist es okay wir laufen hier da laufen wir rechts da laufen wir links in den laden rein und gucken dass wir 250 dollar zusammen bekommen und dann damit wir nicht mehr latschen müssen weil das ist echt langwierig so macht das auch auf dauer echt kein spaß zuzugucken denke ich ne weil ich habe zu tun dadurch dass ich laufe aber ihr ihr sitzt da nur guckt in die röhre im wahrsten sinne des wortes obwohl nein gibt hier keine röhren fernseher mehr ne die sind ja erledigt die dinger so 34 wow endlich mal wieder was schwereres so 34 16 durchsuchen sie die tasche vom computer okay lass mich mal hier raus eine tasche für eine tasche da meint ihr bestimmt händler oder ja guckt mal suchen suchen die suchen ach so der sucht okay ja dann lass ihn mal ganz kurz suchen wir machen mal hier war hier weiter so komm her du kommst nach da weil er hier drauf wie ist 21 okay so gehen wir zurück hier 21 das ist 14 danke in dem wagen so mach's gut tschüssi okay dann fällst du halt runter jetzt du wartest noch mal ganz kurz ich muss mal hier kochen hallo ok ja bin sofort da was darf es denn sein aber das ding 38 uhr das ding hat 38 auch nur 14 beziehungsweise bei mir ist es 16 danke danke bitte oh haua haua ha so hä oh ich muss essen ja ich bin ja schon dabei komm was haben wir denn hier komm noch einmal schokolade hallo hallo was geht ab so 34 34 ok 34 ok 34 natürlich 16 danke bitte so jetzt müssen wir wir müssen noch was zu essen kaufen so hier markt wir brauchen hallo hallo was haben wir hier das ding und kommen wir holen noch eine suppe so haben wir alles da sehr schön guten tag ach wie kann das denn passieren so mehr 29 wiegt er irgendwie wird das dunkel hier kann das sein so 29 sind 14 danke bitte so jetzt muss ich mal eben nach meinem fahrrad gucken ja haha ich hab ein fahrrad so jetzt geht's ab ok komm hallo ich mach ich noch 13 ok einmal raus hier 10 ok danke bitte das war erst mal den laden wieder dicht so hm 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 so nein hör doch mal auf damit ich will jetzt erst mal die Sachen hier wegbringen die so uh ah ja oh das geht wesentlich schneller guckt euch das mal an hup hehe das ist schön so macht das Spaß so kann ich auch damit dahin oder muss ich vorher absteigen ok ich glaube ich muss vorher absteigen äh wie steige ich denn ab ah ja so wurde gefoltert und zurück bisschen schneller oh 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 ok irgendwie sieht die Dings hier ganz komisch aus oder so einmal runter was kamen von außerhalb der Stadt vor der Niederlassung liefern sie ihren Besitzer oh Gott so jetzt erst mal der hier so Momentchen mal ich hab das Paket da liegen lassen guck mal he 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 hä hui so Attacke na da vorne ok so geht schön ok das ist äh jetzt doch schon ein bisschen besser hui ja du solltest es aber auch richtig lenken hoppala hopp hihihi und komm nicht nach 18 sie können die Fracht bis 19.30 anliefern ok bis 19.30 ok hier ist irgendeiner ist der das ja 46 so wensche mal wirst du das Ding mal mit hä so warte 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 ok so ich suche die Tasche was für eine Tasche denn ok hui das war ganz knapp ah jetzt geht das wesentlich schneller aber wissen wo ich hin muss tue ich immer noch nicht aber kein Ton ne also das Spiel hat echt kaum Töne ich meine ich fahre hier gerade mit dem Fahrrad das müsste eigentlich einen Ton machen das Ding auch das ist cool so wo muss ich hin fahr doch mal ein bisschen schneller was ist los mit dir er fährt nicht mehr schnell was ist los bin ich kaputt müde äh wo bin ich denn hier bin ich hier richtig ja äh was ist denn hier los ach ihr mit euren Rechnungen schon wieder ich hab nicht genug Geld dafür ich bin pleite so jetzt erst mal diese Dinger weg so komm zack so Attacke die Teile bringen wenigstens Geld hä was ist los warum stottert der denn so ein bisserl hier boah auch am Arsch der Welt das Ding hier stell dir mal vor das müsste ich jetzt wieder alles laufen um Gottes Willen da würdest du ja wahnsinnig werden so schönen guten Tag hier bitte sehr was soll ich denn bümmeln die steht doch direkt vor mir du Honk so okay der wird hier ziemlich langsam so na egal ich fahr jetzt hier hinten rum oh ja das ist auch wichtig ich suche die Tasche vom Computer aus wieso nach was warum vor allem was für ne Tasche ich hab jetzt mein Fahrrad gekauft damit bin ich jetzt erstmal zufrieden ich kann ein bisschen schneller den ganzen Kram unter die Leute bringen oh das ist teilweise ist das sehr langsam ah der ist auch schon wieder da guten Tag komm sofort so warte jetzt lass mich mal eben kurz rein welche Teile sitzen hier fürs Auto der ist für Auto okay so dann haben wir da noch ein oder zwei sogar fürs Auto ne der hier nicht dieser ja so und noch einer dieser hier nicht wahr okay so tschüss mach's gut okay die sind alle noch lange da so so äh ne so nicht so natürlich nicht hä warum nimmt er das Ding nicht hin hä aha so warte mal hat er das jetzt hallo hä warum nimmt er das Teil denn nicht hier da war grad was aha er hat's schon wieder liegen gelassen oder ne ich hab's in der Hand okay warte mal ich hab's in der Hand okay äh äh ach was machst du denn die ganze Zeit du blöder hä mein Fahrrad fährt nicht mehr mein Fahrrad kaputt werfen ach komm was ist denn das jetzt so so warte mal jetzt das geht nicht das geht nicht okay warte dann gehen wir jetzt schlafen ich hab die Faxen dicke der Laden ist geschlossen so äh genau wir sehen uns dann morgen wieder meine Freunde genießt alles was ihr habt wenn es euch gefallen hat gerne Daumen nach oben da lassen kommentieren abonnieren und drückt mir die Daumen dass wir bald ein Auto bekommen weil äh ich nein ich will mehrere Pakete mitnehmen das ist viel zu schwer so okay das war's macht's gut ciao ciao